Willkommen zurück bei Alphatrading. In diesem Video möchte ich dir meinen kurzen kleinen Real Talk geben. Bevor wir aber anfangen, habe ich noch eine wichtige Sache für dich. Und das wäre, dass ab nächster Woche Montag, also wirklich in ein paar Tagen, Live-Tradings auf diesem YouTube-Kanal stattfinden werden. Das heißt, wenn du vorab nochmal ein paar Fragen hast, wie das Ganze funktioniert, oder du einfach Fragen zum Thema Trading hast, die du geklärt haben möchtest, lass gerne einen Kommentar da, lass gerne auch einen Like da, damit ich sehe, dass das wirklich viele sehen wollen, weil ich mache das Ganze komplett kostenlos. Ich werde sehr, sehr viel Mehrwert preisgeben und ich möchte dann einfach nur vielleicht ein bisschen Dankbarkeit sehen. Das heißt, es würde mich sehr freuen. Wenn du das Ganze nicht verpassen möchtest, lass gerne ein Abo da, aktiviere auch die Glocke, weil dann kriegst du eine Benachteiligung. Ich werde immer zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr online kommen. Wenn du aber die Glocke aktivierst, wirst du direkt benachteiligt und siehst, okay, jetzt sind wir online, jetzt geht das Live-Trading los und so kannst du das Ganze dann auch richtig verfolgen. Ja, wie du aus diesem Titel wahrscheinlich schon entnehmen kannst, geht es darum, dass du einfach im Trading nicht aufgeben solltest. Ich werde dir auch gleich sagen, warum das so ist und warum es sich lohnt, weiterzumachen. Ich denke aber nur, dass dieses Video bitter nötig ist, weil wirklich sehr, sehr viele Anfragen auf uns zukommen, auch von welchen, die vielleicht bei anderen Coaches waren oder sich noch gar keine Ausbildung gekauft haben oder, oder, dass sie im Trading einfach nicht profitabel werden. Und klar, ich könnte jetzt natürlich sagen, ich kann das alles verstehen, das dauert seine Zeit und du bist vielleicht noch nicht richtig ausgebildet, hast noch nicht das richtige Wissen, aber darum soll es in diesem Video gar nicht gehen. Ich möchte dieses Video auch gar nicht zu lange halten und deswegen möchte ich einfach, dass du dich selber mal fragst, hast du denn wirklich das Potenzial, Trader zu werden? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber jemand, der vielleicht 2, 3, 4 Jahre schon dabei ist und immer noch nicht profitabel ist, der muss sich doch mal grundlegend ein paar Fragen stellen. Natürlich, wenn du erst 2, 3 Monate dabei bist, dann kann ich es ja völlig verstehen, man lernt ja auch immer hinzu, es gibt ja auch 3, 4 verschiedene Phasen, wo ein Trader sich durchentwickelt. Auch wenn man nach einer wirklich langen Zeit immer noch nicht profitabel ist und vielleicht auch noch nicht so wirklich Erfolge erzielen konnte, dann muss man sich doch mal fragen, wieso ist das so? Und ich kann dir sagen, in den meisten Fällen wird es nicht am Wissen liegen, sondern es wird komplett an dir liegen. Die meisten haben zu wenig Disziplin, die meisten haben zu viele Emotionen und die meisten sind einfach auch schlecht darin, einen Plan konstant durchzusetzen. Das liegt ganz einfach daran, dass viele auch immer das Trading falsch verstehen. Viele denken immer, man wird natürlich auch für die Arbeit bezahlt, die man tut, weil das auch im Job so ist, aber im Trading ist es eigentlich genau das Gegenteil. Du wirst ja eben für deine Entscheidungen bezahlt und meistens ist es die bessere Entscheidung, erstmal ruhig sich den Markt anzuschauen und nur ganz selten einen Trade einzugehen. Klar, wenn man ein Skalper ist, kann das auch natürlich anders sein. Man kann natürlich immer seine Trades finden. Das liegt natürlich auch mal von der Persönlichkeit zur Persönlichkeit. Ich kann dir nur sagen, dass du erstmal richtig tief in dich reingucken musst, um zu gucken, was für ein Tradertyp bin ich. Es gibt verschiedene Tradertypen, es gibt verschiedene Regelwerke, es gibt verschiedene Setups, es gibt verschiedene Märkte, die anders funktionieren. Es gibt so viele Parameter im Trading, dass man sich sehr, sehr einfach darin verwöhnen kann. Und das Schwierige am Trading ist eigentlich, es simpel zu halten, weil es gibt ein kleines Sprichwort. Das heißt, Trading simpel zu halten ist schwer, aber Trading schwer zu machen ist simpel. Und das ist eigentlich so die kleine Devise. Du brauchst nicht 10.000 Indikatoren, du brauchst auch nicht zehntausende Jahre an Ausbildung, an Wissen und und und. Klar, es schadet natürlich nie, wenn man es gekonnt einsetzt. Aber viele lenken sich immer ab, wollen immer mehr Diefs, immer mehr das, das bringt aber gar nichts. Fokussier dich auf einen Markt, fokussier dich auf dich, guck genau, was sind die Parameter und halte dich einfach nur an diesen Plan. Auch wenn es vielleicht stumpf sein mag, aber genau das ist eben das, wofür du dann im Endeffekt entlohnt wirst. Ich könnte jetzt natürlich auch 10.000 Sprüche, wie zum Beispiel das Trading ist kein Sprint, sondern einen Marathon bringen und so weiter und so fort. Im Endeffekt sind das auch alles gute Sprüche, alles gute Thesen, aber das Trading, das bist ganz alleine du. Ich drücke zum Beispiel nicht die Trades für dich ab. Wenn du einen Trade gemacht hast und der nicht aufgegangen ist, dann ist das deine Schuld. Der Markt macht, was der Markt macht, das kannst du nicht beeinflussen. Das bedeutet, in den meisten Fällen wird die Schuld immer da gesucht, wo sie eigentlich gar nicht gesucht werden muss, weil 90 oder 99% der Leute, die eben nicht erfolgreich sind, die sind halt selber schuld. Klar, es gibt immer ein paar Ausnahmen, ein paar Schicksale, wo man Pech hat, aber im Großteil der Fälle bist du selber schuld, wenn du noch nicht profitabel bist. Heißt, probier doch mal wirklich deinen Tradingplan durchzuführen. Meinetwegen auch im Demo, egal wo. Du wirst sehen, wenn du es richtig einhältst, den richtigen Markt und den Tradertypen sozusagen von dir analysierst, alles richtig abstimmst, dann kannst du auch nur positiv enden. Wie gesagt, ich möchte aber kein großes Video draus machen, sondern einfach dir ein wenig klar machen, dass wenn du noch nicht erfolgreich bist, es wirklich zu 90% an dir liegt. Nicht an dem fehlenden Wissen, nicht an den Märkten, nicht an sonst wem, sondern nur an dir, weil du vielleicht zu wenig Disziplin, zu viele Emotionen oder oder hast. Da gibt es 10.000 Gründe. Guck also, wo der Fehler liegt, probier das anzupassen und spätestens bei uns im Live-Trading wirst du dann sehen, wie man es richtig macht. Ich wünsche dir bis dahin ein schönes Wochenende. Ich würde mich freuen, wenn ich dich im Live-Trading sehe und ich würde sagen, mach's gut, bis dann.